Ja, na, grün oder weiß? Grün, weil es eine schöne Farbe ist. Cola oder Fanta? Fanta, schmeckt einfach besser. Mailand oder Madrid? Madrid ist die schönere Stadt. Meisterschaft oder Pokalsieg? Beides schön. Can oder Buffon? Ähm, Kahn, weil er ein cooler Typ war im Tor. Laufen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren, ich hasse Laufen. Mallorca oder Ibiza? Mallorca, ist schön am Strand dort. Und Berge oder Strand? Strand natürlich, Berge ist mir zu viel zum Gehen. Apple oder Windows? Nichts von beiden. Ich habe Samsung. Vorspeise oder Nachspeise? Beides. Drei-Gänge-Menü. Drei-Gänge-Menü, wäre schon richtig. Hund oder Katze? Hund, weil ich selber einen Hund habe. Salat oder Steak? Steak, Fleisch, immer gut. Dribbling oder Tackle? Da ich am Tor stehe. Eigentlich nichts von beiden, aber wenn ich mache, dann Dribbling. Kino oder Netflix? Beides schön. Kino ist immer schön mit Freunden und Netflix einfach zum Entspannen zu Hause. Ordentlich oder Chaos? Total Chaos. Also bei mir darf keiner unerwartet vor der Tür stehen. Siegtor in der 90. schießen oder entscheidendes Gegentor in der 90. verhindern? In der 90. verhindern. Dann ist man der Held. Nutella oder Nussbli? Nutella, schmeckt besser. Pudding mit oder ohne Haut? Mit Haut, das ist immer das Beste daran. Eistonne oder Massagebank? Massagebank. Lieber 5 zu 4 gewinnen oder 1 zu 0 gewinnen? Das ist mir eigentlich egal, Hauptsache gewinnen. Kaffee oder Tee? Einen Kaffee. Brauche ich morgens, sonst werde ich, habe ich schlechte Laune. Buch oder Fernsehen? Fernsehen. Autostadt im Winter oder Sommer? Beides schön, weil im Sommer sind ja auch immer Festivals und Veranstaltungen und im Winter ist der Weihnachtsmarkt top. s Bis zum nächsten Mal.